Hallo alle, mein Name ist Pete Rock und willkommen zu Nobody Here. Wolf suche. So, also nochmal ganz kurz, wir haben zwei neue Systeme im Stream. Sorry, wenn ich es nochmal erkläre, weil die es schon dreimal gehört haben. Außerzeichen Free im Chat kommt ihr auf ein neues System, wo ihr quasi meinen Channel unterstützen könnt mit kostenlosen Abo und kostenlosen Donations. Lasst uns einfach folgendermaßen, ihr klickt auf den Free Link, dann kommt ihr hier auf diese Seite und hier könnt ihr euch mit Twitch verifizieren. Seid ihr angemeldet und dann könnt ihr hier diese Spiele spielen. Diese Spiele sind für gewisse Länder verfügbar. Ihr könnt die Länderbeschränkung aber umgehen, wenn ihr quasi einen VPN benutzt, dann könnt ihr auch die amerikanischen Offer spielen. Das ist vollkommen legal und auch vollkommen erlaubt und auch gerne vom Developer gesehen, hat er gesagt, spielt für ihn keine Rolle. Hier seht ihr dann diese Zeichen. Uns sind hier nur das grüne Zeichen für die Donation und das gelbe Zeichen für die Subpoints. Das rote und das andere alles nutzen wir nicht, das ist ein anderes System, das nutzen wir nicht, komplett ignorieren bitte. Wenn ihr jetzt auf ein Spiel hier draufklickt, zum Beispiel Final Fantasy, dann könnt ihr sehen, ihr kriegt hier 50 Subpoints, wenn ihr es installiert, ihr kriegt 100 Subpoints, wenn ihr Level 3 erreicht, ihr kriegt hier hinten bei Level 10 nochmal 100 Subpoints und 1 Euro Donation für mich. Oder wenn ihr es innerhalb von 2 Tagen schafft, was hier steht, dann kriegt ihr 200 Punkte und 2 Dollar Donation. Und so weiter bis hinten hin, 20.000 Punkte für Level 21. Ja, so. Diese Punkte, also das Offer, übrigens das Offer könnt ihr benutzen, indem ihr hier unten links, hier, da, die Lerner Flagge ändert, hier unten, und auf euer Handy quasi das Offer schickt. Dann kriegt ihr eine SMS geschickt und könnt die App installieren. Ja, immer wenn ihr einen Schritt geschafft habt, ja, ein Schritt hier, ja, immer ein Punkt hier, ist ein Scorepunkt. In dem Leaderboard hier drüben seht ihr das Leaderboard, hier seht ihr die Scorepunkte, der Soul zum Beispiel, da, Soul, hat schon 11 Punkte, ja, das heißt, der hat 11 Offer quasi schon abgeschlossen. Immer, wenn ihr diese Offer abschließt, kriegt ihr quasi die Donation, die kommt automatisch zu mir und die Subpoints habt ihr dann hier vorne gesammelt, bei My Points. Hier unten habt ihr dann die Subpoints gespeichert, hier, ja, Subpoints. Die Subpoints könnt ihr dann benutzen, indem ihr hier oben auf Redem Sub Gift klickt und dann könnt ihr zum Beispiel für 2.000 Punkte, könnt ihr für meinen Channel, euch hier unten, hier steht euer Name drin, könnt ihr euch quasi einen Sub schenken. Könnt euch auch einen 25 Dollar Sub schenken, kostet halt 10.000, ja. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Final Fantasy macht, könnt ihr hier hinten, kriegt ihr 20.000 Punkte, das sind 10 Monate kostenlos Sub. 10 Monate kostenlos oder 2 Monate 25 Euro Sub. Könnt ihr einfach benutzen. Oder ihr könnt die Freunde die Subpoints an mich schenken, dann schenkt ihr mir die Punkte, dann kann ich die verteilen an andere, ja, zum Beispiel. Es gibt ganz viele Offer, zum Beispiel Cooking Dash ist eines der besten Offer momentan. Ihr installiert das Ganze, kriegt 100 Subpoints, spielt das Tutorial, das dauert 5 Minuten und dann kriegt ihr quasi nochmal 300 Punkte und ich kriege 3 Dollar Donation. Wenn das alle Viewer machen, die gerade da sind, sind 300 Viewer gerade da, sind das 900 Dollar. Einfach für 5 Minuten einmal eine App spielen. Dazu gibt es noch zwei extra Systeme. Einmal hier unten, manche Offer haben so einen Pokal davor. Hier oben der Pokal zum Beispiel ist schon vorbei. Aber der hier gilt noch, ja. Hier steht dabei, die ersten 4 Spieler, die ersten 4 Spieler, die Level 21 erreichen, kriegen 50 Dollar quasi geschenkt und der Streamer dazu kriegt auch 50 Dollar geschenkt. Ja. Zwei Plätze sind noch frei, ihr seht es hier. Dramian ist Platz 1, GoPirate ist Platz 2. Es gibt noch zwei Plätze. Da ist die nächsten beiden, die Level 21 erreichen, kriegen 50 Dollar geschenkt. Ja, plus für mich natürlich auch. Und dann gibt es das Leaderboard, das globale Leaderboard. Da sind wir momentan auf Platz 2. Ja, das ist jede Woche. Jede Woche von Montag bis Sonntag, ja. Und in dieser Woche, die mit den meisten Punkten hier, bekommen diese Offer, die hier stehen. Wenn wir Platz 1 erreichen würden, dann würde ich 100 Dollar bekommen und der Viewer bei mir, mein Viewer mit den meisten Punkten im Leaderboard hier oben, kriegt auch 100 Dollar. Ja, momentan sind wir Platz 2. Das heißt, Serena würde 50 Dollar bekommen und Sol, wie ihr hier seht, Sol würde auch 50 Dollar bekommen. Ja, das ist einfach so kostenlos oben drauf gewesen. Das heißt, ihr könnt da euer Abo quasi kostenlos holen und ihr könnt dort ein bisschen Donation für meinen Stream holen. Für alle vor allem günstig, die einfach das Geld nicht haben zum Supporten, ist das hier eine der besten Möglichkeiten. Ja. Muss ich jetzt einfach neu installieren? Wenn du es auf dem Handy schon mal drauf hattest, dann musst du dein Spiel löschen und musst deine Advertising-ID zurücksetzen. Musst du mal googeln. Advertising-ID Google oder Advertising-ID iTunes zurücksetzen. Und dann kannst du die installieren, dann gilt das. Ja. Level 21 bis Sonntag werden, nein. Das gilt, solange das Offer halt hier ist. Ja. Ähm. This is your first night at Fight Club. So lange, bis das hier weg ist halt, ne. Das gilt halt, solange bis es durch ist. Und Raschkma, danke für deinen Twitch Prime Sub. Moin. Ah. Musik. So. Okay. Das ist quasi alles zu dem System. Ähm. Ansonsten das zweite System seht ihr hier unter mir. Ich habe jetzt einen neuen Boss. Ja. Gerade der Moral Soul. Immer wenn der Boss besiegt wird, wird derjenige, der den Boss besiegt hat, der neue Boss. Der Boss kann getötet werden durch Bits, Donations und Subs. Und der Boss kann geheilt werden durch Bits, Donations und Subs, wenn du selber der Boss bist. Wenn der Boss tot ist, wirst du der Boss, wenn du besiegt hast. Und wer am Ende des Streams der Boss ist, bekommt 10 extra Spins von mir geschenkt. Ja. Ja, Handyspiel, Kolumbia. Handyspiel. Genau. Das hier sind Handyspiele und das hier ist ein PC-Spiel zum Beispiel. Ja. Wer also einen US-Proxy hat oder einen UK-Proxy hat, könnte das PC-Spiel hier spielen auf Englisch. Äh, auf PC. Zum Beispiel. Ja, Neverwinter ist relativ cool. Ich zeige es mal ganz kurz in meinem System hier. Neverwinter. Da müsste man Level 100 für Register. 10 Minuten spielen, nochmal 300 Punkte. Und Level 10 erreichen, gibt 400 Punkte plus 5 Dollar Donation. Ja. Level 10 erreichen bei Neverwinter ist übrigens, ich glaube 25 Minuten spielen. Das ist ein Witz. Milder TV auszeichnen, free. Also man kann die Spiele einfach neu installieren und bekommt wieder die Punkte. Nein. Du hast ja den Account. Du bist ja zugeordnet. Mal dran. Du bist ja zugeordnet zu deinem Account hier. Zu deinem Twitch-Account. Wenn du einmal die Offer gemacht hast, kannst du es nicht nochmal machen. Es geht darum, wenn du das Spiel früher schonmal auf dem Handy hattest, dann gilt das nicht mehr für dich. Du musst halt quasi neu installieren. Dass du hier auch für zählst. Du kannst jeden Punkt hier quasi einmal machen. Ja. Hier. Tgu. Mhm.